Herzmythen im ZEG Rund um das Herz ergeben sich eine ganze Menge Fragen. Zum Beispiel, ob man mit einem Herzschrittmacher überhaupt sterben kann, oder ob kalkhaltiges Leitungswasser den Gefäßen schadet. Typische Herzmythen im ZEG Rund 65.000 Menschen bekommen jährlich einen Herzschrittmacher eingesetzt. Und viele stellen sich die Frage, ob sie überhaupt auf natürlichem Weg sterben können, solange dieser intakt ist. Doch die Sorge ist unbegründet. Der Herzschrittmacher registriert selbsttätig, wenn sein Träger stirbt und stellt dann automatisch die Arbeit ein. Somit kann der Betroffene trotz Herzschrittmacher sterben. Das Gerät registriert über Sonden die bestehende Erregung und schickt schwache Ströme, um den Rhythmus anzupassen, erklärt das Patientenmagazin Hausarzt. Bleiben diese natürlichen Signale des Herzens aus, erkennt dies das Gerät. Es arbeitet dann nicht mehr weiter. Dass Kalk im Trinkwasser die Herzkranzgefäße verkalkt, stimmt nicht. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen kalkhaltigen Trinkwasser und Herzproblemen. Kalkreiches Trinkwasser zählt nicht zu den Risikofaktoren für eine koronare Herzkrankheit wie etwa Rauchen, hoher Blutdruck, Diabetes mellitus, ungünstige Cholesterinwerte, Bewegungsmangel oder auch Übergewicht, erklärt Professor Harald Glipp sich gegenüber der Deutschen Herzstiftung. Kalkablagerungen in den Gefäßen seien die Folge einer koronaren Herzkrankheit und nicht deren Auslöser. Zwar stecken hinter einem Herzinfarkt oft verstopfte Herzgefäße und man spricht dann von Gefäßverkalkung, doch dies hat nichts mit Kalk zu tun. Die Ablagerungen, auch Bleck genannt, bestehen aus Cholesterin, Fetten und Entzündungszellen sowie anderen Substanzen aus dem Blut. Ist eines der großen Herzkranzgefäße betroffen, führt dies meist zu schweren Herzhythmos-Störungen und anschließend zum Tod. Das Tückische, die Verstopfung zieht sich oft über mehrere Jahre hin, ohne dass irgendwelche Anzeichen auf die verengten Gefäße hindeuten. Ein gesunder Lebensstil reduziert das Risiko. Risikofaktoren wie Rauchen, Übergewicht und Bluthochdruck sollten vermieden werden. Da herrscht oft Verunsicherung bei Männern, die einen Infarkt überlebt haben, aber dennoch weiterhin ihr Sexualleben genießen wollen. Allerdings ist die Herzfrequenz beim Sex nicht höher als beim Rasenmähen oder leichte Hausarbeit. Wer allerdings im Ruhezustand oder bei leichter Anstrengung, wie etwa Treppensteigen, schon Herzrasen oder gar Atemnot verspürt, sollte vorsichtig sein und lieber zum Arzt gehen. Und was ist dran an der Warnung, an heißen Tagen nicht ins kalte Wasser zu springen? Das ist ein Mythos. Bei einem plötzlichen Temperaturwechsel kommt es zwar zu einer entsprechenden Alarmreaktion des Körpers, diese führt jedoch nur in sehr seltenen Fällen zu einem Herztod. Vorsichtig sein sollten allerdings Patienten mit vorgeschädigten Herzen und bekannten Gefäßverkalkungen. Diese sollten sich langsam an kaltes Wasser gewöhnen. Liebe Leserinnen und Leser! Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. E-Community Team E-I-J-R E-I-J-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G